Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Finanzminister, Hohes Haus, geschätzte Österreicherinnen und Österreicher. Also vorweg einmal zum Kollegen Philipp Kucher. Also ich glaube, es wäre vernünftiger, wenn du dich einmal um eure Schrebergartengeschichten kümmern würdest, um Widmungssteuern und so weiter. Und wir sind auf einem richtigen Weg und ich glaube, die Umfragen zeigen, dass wir glaubwürdig sind und die SPÖ absolut nicht glaubwürdig ist. Mit Optimismus für Österreich, Wohlstand erhalten, Zukunft gestalten, lautete das Motto Ihrer gestrigen Budgetrede, Herr Finanzminister. Ich habe mir die Rede sehr gut angehört und eigentlich wäre folgendes Motto passender gewesen. Wohlstand zerstören, Zukunft verbauen und Steuergeld verschwenden. Dieses ambitionslose Budget ist das Endergebnis einer unfähigen Bundesregierung, die bei der Bevölkerung jegliche Glaubwürdigkeit verloren hat und Gott sei Dank nächstes Jahr endlich Geschichte sein wird. Das gesamtstaatliche Defizit bzw. die Haushaltsentwicklung seit 2020 ist ein Spiegelbild der Unfähigkeit dieser schwarz-grünen Bundesregierung. Das multiple Versagen dieser Bundesregierung bei der Corona-Politik, bei der Sanktionspolitik, bei der Asylpolitik und bei der Inflationsbekämpfung kostet die Steuerzahler und die zukünftigen Generationen viele Milliarden Euro. Herr Finanzminister, Generationengerechtigkeit sieht anders aus. Die multiplen Krisen sind aber nicht vom Himmel gefallen, sondern wurden von dieser schwarz-grünen Bundesregierung zum Teil verursacht, aber zum Teil auch verschärft. Durch die nicht evidenzbasierten Corona-Lockdown-Phasen hat diese Bundesregierung die Wirtschaft massiv und nachhaltig beschädigt. Durch die unvernünftige Sanktionspolitik hat diese Bundesregierung eine Energiekrise verursacht, welche die Teuerung massiv anheizt und damit den Wohlstand und die Wirtschaft in Österreich vernichtet. Seit Sommer 2022 liegt die Inflationsrate in Österreich über dem Eurozonen-Durchschnitt, aber auch über den Euro-EU-Durchschnitt. Und die schwarz-grüne Bundesregierung und der Klubobmann Wöginger hat es heute wieder getan, behaupten immer noch, dass wir gut durch die Krise gekommen sind. Und Spitzenreiter in der EU bei der Inflationsbekämpfung sind. Ja, diese Bundesregierung ist Spitzenreiter beim Geldausgeben und beim Schuldenmachen. Geld, das bei der Bevölkerung nie ankommt. Das Versagen dieser Bundesregierung bei der Inflationsbekämpfung stürzt die einkommensschwachen Haushalte in existenzielle Probleme. Und der Finanzminister redet immer noch von kräftig steigenden Realeinkommen. Unfassbar. Gut durch die Krise, Herr Finanzminister, sind wir erst dann, wenn diese Bundesregierung abgewählt wurde. Aber das ist nicht alles. Zum Abgang dieser schwarz-grünen Bundesregierung greifen die Parteien nochmals sehr tief in die Tasche der Steuerzahler und der zukünftigen Generationen. Aber nicht um eine sinnvolle und nachhaltige Budgetpolitik zu betreiben, sondern um das jeweilige schwarze und grüne Klientel zu befriedigen. Das sind wahrscheinlich die kräftig steigenden Realeinkommen, die Sie in Ihrer gestrigen Budgetrede angesprochen haben. Sowohl die ÖVP als auch die Grünen erhalten mit diesem Budget einen Freibrief zum Geldausgeben, zulasten der Steuerzahler und der künftigen Generationen. Gedarnt wird diese schwarz-grüne Klientelpolitik als sogenanntes Konjunkturpaket. In Wahrheit ist es aber das Spielgeld des Bundeskanzlers und des Vizekanzlers, die unser schönes Österreich heruntergewirtschaftet haben. Und das mit Ihrer Unterstützung, Herr Finanzminister. Sogar die Indexierung der Sozialleistungen und die angebliche Abschaffung der kalten Präkursion müssen als Konjunkturbelebungsmaßnahme herhalten, obwohl wir diese Maßnahme hier im Hohen Haus 2022 beschlossen haben. Auch die Köstsenkung haben Sie in Ihrer gestrigen Budgetrede wieder erwähnt. Auch diese Maßnahme haben wir 2022 beschlossen. Sie haben hier 2022, haben wir das beschlossen, Herr Kollege. Und überhaupt, und überhaupt hat diese Maßnahme Ihren Ursprung im blau-schwarzen Ministerratsvortrag vom 1. Mai 2019, Herr Finanzminister. In Ihrer gestrigen Budgetrede haben Sie mindestens zehnmal die angebliche Abschaffung der kalten Progression erwähnt. Wie oft wollen Sie die angebliche Abschaffung der kalten Progression medial noch verkaufen, Herr Finanzminister? Und hören Sie endlich auf zu behaupten, dass sich die Arbeitnehmer durch die Abschaffung der kalten Progression etwas ersparen. In Wirklichkeit ersparen sich die Arbeitnehmer gar nichts. Es wird ihnen nur weniger weggenommen. Herr Finanzminister, eine Bank erspart sich auch nichts, wenn sie nicht überfallen wird. Außerdem, Herr Finanzminister, wissen Sie ganz genau, dass die kalte Progression immer noch nicht abgeschafft wurde. Beim Urlaubsgeld und beim Weihnachtsgeld bereichern Sie sich immer noch ganz ungeniert mit Hilfe der kalten Progression. Der diesbezügliche Freibetrag von 620 Euro und die Freigrenze von 2.100 Euro sind seit 1988 unverändert. Auch die beim Urlaubsgeld und beim Weihnachtsgeld vorgesehenen Tarifstufen in § 67 ESDG sind seit 2012 unverändert. Im Übrigen müssen auch das Pendlerpauschale und das amtliche Kilometergeld endlich valorisiert werden. Das Pendlerpauschale wurde seit 01.01.2011, abgesehen von der befristeten Minierhöhung, nie erhöht. Auch das amtliche Kilometergeld in Höhe von 42 Cent wurde seit 01.07.2008, also seit mehr als 15 Jahren, nie erhöht. Wir haben hier einen dringenden Handlungsbedarf, um die Arbeitnehmer und die Pendler zu entlasten. Das Abkassieren der österreichischen Bevölkerung muss endlich ein Ende haben, Herr Finanzminister. Sie haben zwar in Ihrer gestrigen Rede behauptet, dass Sie gegen neue Steuern sind und dann führen Sie aber trotzdem ganz ungeniert neue Steuern ein oder erhöhen bestehende Steuern. Sie haben die NOVA erhöht, Sie haben die CO2-Strafsteuer eingeführt, Sie haben die kalte Progression nicht zur Gänze abgeschafft und Sie führen eine ORF-Zwangssteuer ein. Und Sie sind gegen neue Steuern. Das glaubt Ihnen ja kein Mensch, Herr Finanzminister. Sie sind der größte Krisenprofiteur dieser Zeit. Sie kassieren nicht nur aufgrund der nicht abgeschafften kalten Progression, sondern auch 3 Milliarden Mehreinnahmen bei der Umsatzsteuer und das alleine für das Jahr 2024. Unter Berücksichtigung der Ermächtigungen wird diese Bundesregierung mit rund 25 Milliarden Euro das größte Budgetdefizit aller Zeiten erwirtschaften. Seitdem es diese schwarz-grüne Bundesregierung gibt, wurden die Maastricht-Kriterien noch nie eingehalten und werden auch im Jahr 2024 nicht eingehalten werden. Das definitive Versagen und die Unfähigkeit dieser Bundesregierung beweist die Schuldenquote für 2024 bis 2027. Herr Finanzminister, trotz eines massiven inflationsbedingten BIP-Anstiegs und des damit verbundenen BIP-Nenneffekts sind Sie nicht in der Lage, die Schuldenquote zu reduzieren. Da reden wir noch gar nicht von Schuldenzurückzahlen. Das ist ein nicht genügend, Herr Finanzminister. Herr Finanzminister, Verantwortung für Österreich sieht anders aus. Je schneller wir Neuwahlen haben, desto besser ist es für das Land und desto besser ist es für die Steuerzahler. Es wird höchste Zeit für den Volkskanzler Herbert Kickl. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank.